Martin Luther Vorrede zum Alten Testament Erster Teil Die Bedeutung des Alten Testaments Altes und Neues Testament gehören eng zusammen. Das Alte Testament schätzen manche gering. Es sei ja nur dem jüdischen Volk gegeben und habe nun hinfort seine Rolle ausgespielt. Es schreibe auch nur von Geschichten der Vergangenheit. Diese Leute meinen, sie hätten genug am Neuen Testament und wenden vor, im Alten Testament sei nur noch der geistliche Sinn zu suchen. So hätten es ja auch Origines, Hieronymus und noch viele andere große Männer gehalten. Aber Christus spricht, Johannes 5, Vers 39 Suchet in der Schrift, denn sie ist's, die von mir zeuget. Und Paulus gebietet dem Timotheus, er solle fortfahren mit Lesen in der Schrift. Und Römer 1, Vers 2 rühmt der Apostel, wie das Evangelium von Gott in der Schrift verheißen sei. Und 1. Korinther 15, Vers 3 und folgendes sagt er, Christus sei, wie die Schrift lautet, aus Davids Geschlecht hervorgegangen, gestorben und vom Tod auferstanden. Ebenso verweist uns auch St. Petrus mehr als einmal zurück in die Schrift. Damit lehren sie uns jedenfalls, die Schrift des Alten Testaments nicht zu verachten, sondern mit allem Fleiß zu lesen, denn sie selbst begründen und beweisen das Neue Testament so kraftvoll durchs Alte Testament und berufen sich darauf. So schreibt auch St. Lukas in Apostelgeschichte 17, Vers 11, dass die Leute von Beröa täglich in der Schrift forschten, ob sich's so verhielte, wie Paulus lehrte. So wenig nun Grundlegung und Beweisführung für das Neue Testament zu verachten sind, so hoch und teuer ist auch das Alte Testament zu achten. Und was ist das Neue Testament anderes als eine öffentliche Predigt und Verkündigung jener Gottessprüche, die im Alten Testament stehen und jetzt durch Christus erfüllt sind? Damit aber die Leute, die es selber nicht besser wissen, zu nutzbringendem Lesen im Alten Testament angeleitet und unterrichtet würden, habe ich diese Vorrede aufgesetzt nach meinem besten Können, so viel mir Gott gegeben hat. Das Alte Testament ist bei aller Schlichtheit ein Heiligtum Gottes. Ich bitte und warne ehrlichen Herzens einen jeden rechten Christen, er möge keinen Anstoß nehmen an der Schlichtheit der Rede und Geschichte, die ihm beim Lesen des Alten Testaments oft begegnen wird. Vielmehr möge er nicht daran zweifeln, dass es, wie schlicht es sich auch immer ansehen mag, doch lauter Worte, Werke, Gerichte und Geschichten der hohen Majestät, Macht und Weisheit Gottes sind. Denn das ist die Schrift, die alle Weisen und Klugen zu Narren macht und nur den Kleinen und Einfältigen offen steht, wie Christus in Matthäus 11, Vers 25 sagt. Darum, wenn du diese Bücher liest, dann lasse deine dünkelhafte Meinung und Ansicht fahren und halte diese Schrift für das allerhöchste, edelste Heiligtum, für die allerreichste Fundgrube, die niemals genug ergründet werden kann. Dann kannst du die göttliche Weisheit finden, welche Gott hier so einfach und schlicht vor Augen stellt, um allen Hochmut zu dämpfen. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, in denen Christus liegt, wohin auch der Engel die Hirten weist. Einfache und geringe Windeln sind es, aber kostbar ist der Schatz, der darin liegt. Christus 3. Hauptaufgabe des Alten Testaments ist die Lehre des Gesetzes So merke dir nun, dies Buch ist ein Gesetzbuch, das lehrt, was man tun und lassen soll und das daneben Beispiele und Geschichten aufführt, wie diese Gesetze gehalten oder übertreten worden sind. Gerade so wie das Neue Testament ein Evangeliums- oder Gnadenbuch ist und lehrt, wo man es hernehmen soll, dass das Gesetz erfüllt werde. Aber es findet eine gegenseitige Ergänzung statt. Im Neuen Testament werden neben der Unterweisung über die Gnade auch noch viele andere Lehren gegeben, nämlich Gesetze und Gebote, wie man das Fleisch regieren soll. Sie sind nötig, da in diesem Leben der Geist nicht zur Vollendung kommt und darum nicht lauter Gnade regieren kann. Ebenso gibt es umgekehrt auch im Alten Testament neben den Gesetzen einige Verheißungs- und Gnadensprüche, durch welche die heiligen Väter und Propheten unter dem Gesetz im Glauben an Christus, wie wir, erhalten worden sind. Doch wie das Neue Testament als eigentliche Hauptlehre hat, Gnade und Frieden durch Vergebung der Sünde in Christus zu verkündigen, so ist es die eigentliche Hauptlehre des Alten Testaments, Gesetze zu lehren und Sünden aufzuzeigen und Gutes zu fordern. Solches hast du, merk dir es im Alten Testament zu erwarten. Zweiter Teil Inhalt und Art der Bücher Moses 1. Überblick über die fünf Bücher Moses Und um nun zuerst auf die Bücher Moses zu kommen, so lehrt dieser in seinem ersten Buch, wie alle Kreaturen geschaffen worden sind und was das stärkste Grundanliegen seines Schreibens ist, wo die Sünde und der Tod hergekommen ist, nämlich durch Adams Fall, infolge der Arklis des Teufels. Aber als bald darauf, noch ehe Moses' Gesetz kommt, lehrt er, woher wiederum die Hilfe kommen soll, um die Sünde und den Tod zu vertreiben, nämlich nicht durch Gesetz und eigenes Werk, weil ja noch kein Gesetz da war, sondern durch des Weibes Nachkommenschaft Christus, der Adam und Abraham verheißen wurde. So soll also der Glaube von Anfang der Schrift an durch und durch gepriesen werden über alle Werke, Gesetze und Verdienste. So enthält das erste Buch Moses durchweg nur Beispiele des Glaubens und Unglaubens und zeigt, was Glaube und Unglaube für Früchte tragen. Und darin ist es durchweg ein evangelisches Buch. Dann kommt das zweite Buch. Als die Welt nun voll verstockter Vermessenheit und in Blindheit versunken war, sodass man fast nicht mehr wusste, was Sünde war und wo der Tod hergekommen ist, lässt Gott den Mose hervortreten mit dem Gesetz und nimmt ein besonderes Volk als sein Eigentum an, um die Welt an ihnen wieder zu erleuchten und durchs Gesetz die Sünde offenkundig zu machen. Und so gibt er dem Volk eine Ordnung mit allerlei Gesetzen und sondert sie ab von allen anderen Völkern. Er lässt sie als Heiligtum eine Stiftshütte bauen und bestellt Fürsten und Amtleute und versorgt so sein Volk aufs Feinste mit beidem. Mit Gesetzen und mit Leuten, um kundzutun, wie sie sowohl leiblich vor der Welt als auch geistlich vor Gott regiert werden sollen. Im dritten Buch wird im Besonderen das Priestertum angeordnet mit seinen Gesetzen und Rechten, nach denen die Priester tun und das Volk lehren sollen. Da sieht man, wie ein priesterliches Amt nur um der Sünde willen eingesetzt wird. Es soll diese dem Volk kundmachen und die Sühnung vor Gott vollziehen, sodass also seine ganze Aufgabe darin besteht, mit Sünden und Sündern umzugehen. Daher kommt es auch, dass den Priestern kein zeitliches Gut gegeben und keine auf leibliche Dinge bezogene Amtsstellung übertragen oder eingeräumt wird. Vielmehr wird ihnen als ihr eigentliches Geschäft nur zugewiesen, sich des Volkes in seinen Sünden anzunehmen. Nachdem nun die Gesetze gegeben, die Priester und Fürsten eingesetzt, die Stiftshütte und Gottesdienste eingerichtet sind und alles bereit ist, was zum Volk Gottes gehört, hebt im vierten Buch Mose der praktische Gebrauch und die Bestätigung an. Es wird versucht, wie diese Ordnung vor sich gehen und sich anlassen will. Darum schreibt dieses Buch von so viel Ungehorsam und Plagen des Volkes. Auch werden einige Gesetze näher erläutert und vermehrt. Denn so findet man es alle Zeit, dass Gesetze bald zu geben sind, aber wenn sie in Kraft tretend und in Gebrauch kommen sollen, begegnet ihnen nichts mehr als lauter Hinderung. Es will nirgends weitergehen, wie das Gesetz es fordert. So ist dieses Buch ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie gar nichts es ist, wenn man die Leute mit Gesetzen Rechtschaffen machen will. Vielmehr richtet das Gesetz, wie Paulus sagt, nur Sünde und Zorn an. So ist nun das Volk wegen seines Ungehorsams gestraft, auch hat Gott sie mit Gnadenerweisen ein wenig gelockt, um sie aufgrund seiner Wohltat, da er ihnen die zwei Königreiche gab, dazu zu bewegen, sein Gesetz mit Lust und Liebe zu halten. Nun wiederholt Mose im fünften Buch das ganze Gesetz samt allen Geschichten, die ihnen begegnet waren, abgesehen vom Gesetz über das Priestertum, und erklärt ihnen so alles von Neuem, was sowohl zur leiblichen als auch zur geistlichen Leitung eines Volkes gehört. So tat also Mose als ein vollkommener Gesetzeslehrer allenthalben seinem Amt genüge. Er sollte das Gesetz nicht alleine geben, sondern auch dabei sein, wo man es tun sollte und es erklären und wieder aufrichten, wo es fehlte. Aber diese Erklärung im fünften Buch Mose enthält eigentlich nichts anderes, als den Glauben an Gott und die Liebe zum Nächsten. Denn dahin zielen alle Gesetze Gottes, darum wehrt Mose mit seiner Erklärung all dem, was dem Glauben an Gott verderben kann, bis hin zum zwanzigsten Kapitel und all dem, was die Liebe hinderte, bis zum Ende des Buches. 2. Die umfassende Art der Gesetzesvorschriften Moses Hierbei ist nun ein Dreifaches zu merken. Zum Ersten Mose gibt dem Volk eine so genaue Ordnung mit den Gesetzen, dass er der Willkür der Vernunft keinen Raum lässt, irgendein Werk zu wählen oder einen Gottesdienst zu erfinden. Denn er lehrt nicht allein, Gott zu fürchten, zu trauen und zu lieben, sondern gibt auch so mancherlei Regeln an für den äußeren Gottesdienst mit Opfern, Gelübden, Fasten, Strafen und so weiter, sodass niemand nötig hat, etwas anderes zu wählen. Ferner lehrt er auch Pflanzen, Bauen, Freien, Kämpfen, Kinder, Gesinde und Hausregieren, Kaufen und Verkaufen, Borgen und Auslösen und alles, was äußerlich und innerlich zu tun ist. Dies tut er so umfassend, dass einige Satzungen wie närrisch und nutzlos anzusehen sind. Lieber, sag mir, warum tut er das? Letzten Endes darum, er hat es auf sich genommen, dass dieses Volk sein eigen sein sollte und er ihr Gott sein wollte. Darum wollte er sie so regieren, dass all ihr Tun dessen gewiss wäre, dass es vor ihm recht wäre. Denn wenn jemand etwas tut, wo nicht zuvor Gottes Wort die Aufgabe gestellt hat, das gilt vor Gott nicht und ist verloren. Denn er verbietet auch im vierten und dreizehnten Kapitel im fünften Buch Mose, dass sie nichts zu seinem Gesetzen hinzutun sollen und im zwölften sagt er, sie sollen nicht tun, was ihnen selber recht zu sein scheint. Auch der Psalter und alle Propheten erheben ihre Stimme laut darüber, dass das Volk gute Werke tue, die sie selbst erwählen und die von Gott nicht geboten waren. Denn er will und kann es nicht leiden, dass die Seinen sich etwas zu tun vornehmen, was er nicht befohlen hat, wie gut es auch immer sein mag. Denn was alle Werke adelt und gut macht, ist der Gehorsam, der an Gottes Worten hängt. Weil denn nun dieses Leben nicht ohne äußerlichen Gottesdienst und Form sein kann, hat er ihnen mancherlei derartige Ordnung vorgelegt und in sein Gebot gefasst. Wenn sie Gott irgendeinen äußerlichen Dienst tun mussten oder auch wollten, sollten sie in jedem Fall nach einem von diesen greifen und nicht einen eigenen erdenken, damit sie gewiss und sicher wären, dass dieses ihr Werk gemäß Gottes Wort und im Gehorsam vonstatten gehe. So ist es ihnen allenthalben verwehrt, eigener Vernunft und freiem Willen zu folgen, um Gutes zu tun und Recht zu leben. Und doch ist ihnen übrig genug Raum, Ort, Zeit, Person, Werk und Weise bestimmt und vorgelegt, sodass sie nicht zu klagen brauchen oder dem Beispiel fremder Gottesdienste nachfolgen müssen. 3. Die Unterordnung aller Gesetze unter den Glauben und die Liebe 4. Zum Zweiten ist zu merken, dass die Gesetze Moses von dreierlei Art sind. Die einen betreffen nur zeitliche Güter, wie das bei uns die kaiserlichen Gesetze tun. Diese sind von Gott vor allem um der bösen Willen eingesetzt, damit sie nichts Schlimmeres tun. Darum sind solche Gesetze nur Wehrgesetze, mehr als Lehrgesetze. Dazu gehört, dass Mose gebietet, im Fall einer Ehescheidung ein Weib mit einem Scheidebrief von sich zu lassen, ferner, dass ein Mann sein Weib mit einem Eifersuchtsopfer zum Nachweis ihrer Schuld oder Unschuld zwingen und dass er noch mehr andere Weiber nehmen kann. Das alles sind weltliche Gesetze. Andere Gesetze aber sind solche, die vom äußerlichen Gottesdienst lehren, wie oben gesagt wurde. Über diese beiden Arten von Gesetzen gehen nun die Gesetze vom Glauben und von der Liebe, so dass alle anderen Gesetze ihr Maß vom Glauben und von der Liebe haben müssen und sollen. Sie sollen gelten, wo ihre Werke dahin ausschlagen, dass sie nicht wieder den Glauben und die Liebe gehen. Wo sie aber wieder den Glauben und die Liebe ausschlagen, sollen sie schlechthin abgetan werden. Daher lesen wir, dass David den Mörder Joab nicht tötete, obwohl er doch zweimal den Tod verdient hatte. Und 2. Samuel 14,11 gelobte er dem Weibe von Tekoa, ihr Sohn soll er nicht sterben, obwohl er seinen Bruder erwürgt hatte. Ferner tötete er auch Absalom nicht. Weiter, er selbst David aß von dem heiligen Brot der Priester, 1. Samuel 21,7. Ferner. Tamar meinte, der König könnte sie ihrem Stiefbruder Amnon zur Ehe geben. Aus diesen und der gleichen Geschichten sieht man wohl, dass die Könige, Priester und Obersten oft frisch ins Gesetz eingegriffen haben, wo es der Glaube und die Liebe gefordert haben. So soll also der Glaube und die Liebe aller Gesetze Meister sein und sie alle in ihrer Macht haben. Denn da alle Gesetze auf den Glauben und die Liebe hindrängen, soll keines mehr gelten noch ein Gesetz sein, wo es dem Glauben oder der Liebe zuwider ausschlagen will. Deshalb irren die Juden noch heutigen Tags Gazea, dass sie so streng und hart an etlichen Gesetzen Moses festhalten. Sie ließen viel eher Liebe und Friede untergehen, ehe sie mit uns Essen oder Tränken oder Ähnliches täten und sehen nicht richtig auf des Gesetzes eigentliche Absicht. Diese zu verstehen ist nämlich allen nötig, die unter Gesetzen leben, nicht allein den Juden. Denn so sagt auch Christus Matthäus 12, Vers 11, dass man den Sabbat brechen könne, wenn ein Ochse in eine Grube gefallen wäre und man ihm heraus helfen müsse. Und das war nur eine vorübergehende Not und Schaden. Wie viel mehr sollte man frisch allerlei Gesetze brechen, wo die leibliche Not eines Menschen es erfordert, sofern dem Glauben und der Liebe nichts zuwider geschieht, wie Christus Markus 2, Vers 26 sagt, dass David getan habe, als er die heiligen Brote aß. 4. Der Sinn der Zusammenhanglosigkeit von Moses Gesetzen. Wie kommt es aber, dass Mose die Gesetze so unordentlich durcheinander wirft? Warum setzt er nicht die Weltlichen auf einen Haufen, die Geistlichen auf einen Haufen und den Glauben und die Liebe auf einen? Dazu hin wiederholt er zuweilen ein Gesetz so oft und gebraucht ein und die Worte so viel Mal, dass es bald vertrießlich ist, es zu lesen und zu hören. Antwort Mose schreibt so, wie es sich in der Wirklichkeit abspielt, sodass sein Buch ein Bild und Beispiel des Regierens und Lebens ist. Denn so geht es zu, wenn etwas im Gang ist, dass bald dieses Werk, bald jenes getan sein muss. Kein Mensch kann sein Leben so ordnen, wenn anders es gottgemäß sein Gott ordnet alle Gesetze so untereinander wie die Sterne am Himmel und die Blumen auf dem Felde stehen. Darum muss der Mensch alle Stunden zu jedem bereit sein und tun, was ihm zuerst vor die Hand kommt. So ist auch Moses Buch untereinander gemengt. Wenn Mose alles so sehr treibt und oft ein und dasselbe wiederholt, so ist auch damit die Art seines Amtes gezeigt. Denn wer ein Gesetzesvolk regieren soll, der muss immer anhalten, immer treiben und sich mit dem Volk wie mit Eseln herumschlagen. Denn kein Gesetzeswerk geht mit Lust und Liebe vor sich. Es ist alles erzwungen und abgenötigt. Weil nun Mose ein Gesetzeslehrer ist, muss er mit seinem Treiben zeigen, wie Gesetzeswerke erzwungene Werke sind und das Volk müde machen, bis es durch ein solches Treiben seinen krankhaften Zustand und seine Unlust zu Gottes Gesetz erkennt und nach der Gnade trachtet wie folgt. Dritter Teil Frucht, Notwendigkeit und Ziel des Gesetzes Moses 1. Das Gesetz Moses lässt uns in Sünde und Tod geraten. Drittens ist das die wahre Absicht Moses durch Gesetz die Sünde offenbar und alle Vermessenheit menschlichen Könnens zu Schanden zu machen. Denn daher nennt ihn Paulus einen Sünden Amtmann und 2. Korinther 3 Vers 6 folgende sein Amt Todesamt und in Römer 3 20 und 7 Vers 7 sagt er durchs Gesetz komme nicht mehr als Erkenntnis der Sünde und wiederum Römer 3 Vers 20 Durch des Gesetzes Werke wird niemand vor Gott gerecht. Denn Mose kann durchs Gesetz nicht mehr tun als aufzeigen was man tun und lassen soll aber Kraft und Vermögen es zu tun und zu unterlassen gibt er nicht und lässt uns daher in der Sünde stecken. Wenn wir dann in der Sünde stecken so dringt der Tod als bald auf uns ein als eine Rache und Strafe für die Sünde daher nennt Paulus die Sünde des Todes Stachel und meint damit dass der Tod durch die Sünde alle seine Rechte und seine ganze Macht über uns hat aber wenn das Gesetz nicht vorhanden wäre gäbe es auch keine Sünde darum ist an allem Moses Amt schuldig der erregt die Sünde und rügt sie durchs Gesetz so folgt dann auf die Sünde unwiderstehlich der Tod darum wird Moses Amt von Paulus billig und mit Recht ein Amt der Sünde und des Todes genannt denn er bringt uns durch seine Gesetzgebung nichts ein als Sünde und Tod 2 die menschliche Blindheit braucht dieses Gesetz aber doch ist dies Amt das in Sünde und Tod führt gut und höchst nötig denn wo Gottes Gesetz nicht vorhanden ist da ist alle menschliche Vernunft so blind dass sie die Sünde nicht zu erkennen vermag denn keine menschliche Vernunft weiß dass Unglaube und an Gott verzweifelnde Sünde ist ja sie weiß nichts davon dass man Gott glauben und vertrauen soll und geht so in ihrer Blindheit verstockt dahin und fühlt diese Sünde nimmer mehr sie tut derweil sonst etwa gute Werke und führt ein nach außen hin da meint sie dann es stehe gut um sie und es sei der Sache genüge geschehen so sehen wir es bei den Heiden und den Heuchlern wenn sie ihr Leben aufs Beste führen ebenso weiß sie darum auch nicht dass böse Neigung des Fleisches und Hass wieder die Feinde Sündes ist vielmehr weil sie sieht und fühlt dass alle Menschen so geartet sind hält sie das für eine natürliche und Recht gute Sache und meint es sei genug wenn man nur nach außen hin den bösen Werken wäre so geht sie dahin und hält ihre Schwäche für Stärke ihre Sünde für Recht ihr Böses für Gut und weiter kommt sie nicht siehe um diese Blindheit und verstockte Vermessenheit zu vertreiben dazu ist Moses Amt notwendig Nun Nun aber kann er kann er sie nicht anders vertreiben als so er muss sie offenbar machen und zu erkennen geben das tut er durchs Gesetz wo er lehrt man solle Furcht Vertrauen Glaube und Liebe zu Gott haben dazu keine böse Lust oder Hass gegen irgendeinen Menschen tragen oder haben Wenn nun der Mensch wie er seiner Natur nach ist solches Recht hört dann muss er erschrecken denn er findet gewiss weder Vertrauen noch Glauben weder Furcht noch Liebe zu Gott bei sich ebenso weder Liebe noch Reinheit dem Nächsten Gegenüber vielmehr entdeckt er nichts als Unglauben Zweifel Verachtung und Hass gegen Gott und lauter bösen Willen und schlimme Lust dem Nächsten Gegenüber Wenn er aber solches findet so ist ihm alsbald der Tod vor Augen der einen solchen Sünder fressen und in die Hölle verschlingen will Siehe das heißt den Tod durch die Sünde auf uns zutreiben und durch die Sünde uns töten das heißt durch das Gesetz die Sünde erregen und vor Augen stellen und all unsere Vermessenheit in ein Verzagen und Zittern und Verzweifeln hineintreiben so kann anderen der Mensch nicht mehr tun als mit dem Propheten schreien Ich bin von Gott verworfen oder wie man auf Deutsch sagt Ich bin des Teufels Ich kann nimmermehr selig werden Das heißt Recht in die Hölle geführt werden und das meint auch Paulus mit den kurzen Worten von 1. Korinther 15 Vers 56 Der Stachel des Todes ist die Sünde Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz Damit will er sagen, dass der Tod sticht und uns erwürgt, das macht die Sünde, die an uns gefunden wird und uns des Todes schuldig werden lässt. Dass aber die Sünde an uns gefunden wird und uns so wirksam dem Tod ausliefert, das macht das Gesetz, welches uns die Sünde offenbart und erkennen lässt, während wir sie zuvor nicht kannten und sicher waren. 3. Mose häuft mit seinen Gesetzen die Sünden und treibt so zu Christus. Nun siehe, mit welcher Gewalt Mose dieses sein Amt treibt und ausrichtet. Um nämlich ja die menschliche Natur aufs allerhöchste zu Schanden zu machen, gibt er nicht bloß solche Gesetze, die von natürlichen und wahrhaftigen Sünden handeln, wie etwa die Zehn Gebote, sondern macht auch da etwas zur Sünde, wo von Natur sonst keine Sünde ist. Er bedrängt und bedrückt die Natur mit einer Menge von Sünden, denn Unglaube und böse Lust sind ihrem Wesen nach Sünde und des Todes wert, aber dass man auf Ostern kein gesäuertes Brot essen und dass man von keinem unreinen Tier etwas genießen und kein Zeichen um der Totenwillen an der Leib machen soll und alles, was das levitische Priestertum mit Sünden zu tun hat, das ist nicht seinem Wesen nach Sünde und Böse, sondern es wird nur deshalb zur Sünde, weil es durchs Gesetz verboten ist. Dies Gesetz könnte ebenso gut fehlen, aber die Zehn Gebote können nicht ebenso fehlen, denn sie betreffen das, was Sünde ist, auch wenn die Gebote nicht vorhanden oder nicht erkannt wären. So ist ja auch der Unglaube der Heiden Sünde, obwohl sie es nicht wissen und nicht beachten, dass es Sünde ist. So sehen wir, dass diese und so mancherlei andere Gesetze Moses nicht bloß darum gegeben sind, damit niemand etwas Eigenes zu erwählen brauchte, um Gutes zu tun und richtig zu leben, wie oben gesagt ist, sondern diese Gesetze sind vielmehr darum gegeben, dass es der Sünden ja recht viele würden und sie sich über die Maßen häuften, um das Gewissen zu beschweren, damit die verstockte Blindheit sich erkennen und ihr eigenes Unvermögen und untauglich sein zum Guten fühlen müsste. Und so sollte sie durchs Gesetz genötigt und gezwungen werden, etwas weiteres zu suchen als das Gesetz und eigenes Können, nämlich Gottes Gnade, die in dem kommenden Christus verheißen ist. Denn es ist ja jedes Gesetz Gottes Gut und Recht, wenn er auch gleich nur Misstragen oder Strohhalme auflesen hieße. Deshalb kann aber der sicher nicht Recht schaffen oder guten Herzens sein, der ein solch gutes Gesetz nicht hält oder ungern hält. Aber alle menschliche Natur kann nicht anders als es ungern halten. Darum muss sie hier am guten Gesetz Gottes ihre Bosheit erkennen und fühlen und nach der Hilfe der göttlichen Gnade in Christus seufzen und trachten. 4 Die neue Stellung zum Gesetz infolge des Kommens Christi Darum, wo nun Christus kommt, da hört das Gesetz auf. Besonders das Levitische, welches, wie schon gesagt, zur Sünde macht, was sonst seinem Wesen nach keine Sünde ist. Dann hören auch die zehn Gebote auf. Nicht so, dass man sie nicht halten oder erfüllen sollte, sondern Moses Amt hört in ihnen auf, dass es nicht mehr durch die zehn Gebote die Sünde stark macht und dass die Sünde nicht mehr des Todes stachel ist. Denn durch die Gnade Christi ist das Herz nun gut geworden und ist dem Gesetze hold und tut ihm Genüge. Dann kann Moses Amt es nicht mehr verurteilen und für sündig erklären, als hätte es die Gebote nicht gehalten und wäre des Todes würdig, wie dies der Fall war vor der Gnade und Ehe Christus da war. Das lehrt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 7 und folgende, wenn er sagt, dass die Klarheit im Angesicht Moses aufhöre, um der Klarheit willen im Angesicht Jesu Christi. Das bedeutet, das Amt Moses, das uns sündig und zu Schanden macht mit dem Glanz der Erkenntnis unserer Bosheit und Nichtigkeit, tut uns nicht mehr weh, schreckt uns auch nicht mehr mit dem Tod, denn wir haben nun die Klarheit im Angesicht Christi, das heißt, das Amt der Gnade, wodurch wir Christus erkennen. Mit seiner Gerechtigkeit, seinem Leben und seiner Stärke erfüllen wir das Gesetz und überwinden Tod und Hölle. So sahen auch die drei Apostel auf dem Berg Tabor, den Mose und Elia und erschraken doch nicht vor ihnen, um der lieblichen Klarheit willen im Angesicht Christi. Dagegen 2. Mose 34 Vers 29 und folgende, wo Christus nicht gegenwärtig war, konnten die Kinder Israel die Klarheit und den Glanz in Moses Angesicht nicht ertragen und er musste eine Decke davor tun. Es gibt nämlich dreierlei Schüler des Gesetzes. Die Ersten, die das Gesetz nur äußerlich hören und darum verachten, führen ein ruchloses Leben, ohne Furcht vor Gott. Zu ihnen kommt das Gesetz nicht wirklich. Sie haben ihr Bild in den Kalbsdienern in der Wüste. Um deren Willen Mose die Gesetzestafeln in zwei warf und zu denen er das Gesetz nicht brachte. Die anderen, die es unternehmen, das Gesetz mit eigener Kraft zu erfüllen, ohne die Gnade Christi, die sind dargestellt durch jene, die Moses Antlitz nicht sehen konnten, als er die Tafeln zum zweiten Male brachte. Zu diesen kommt das Gesetz, aber sie ertragen es nicht. Darum machen sie eine Decke darüber und führen ein scheinbar frommes Leben mit äußerlichen Gesetzeswerken. Dabei macht doch das Gesetz das alles zu sünden, wenn die Decke weggetan wird. Denn das Gesetz erweist es, dass unser Vermögen nichts ist, ohne die Gnade Christi. Die dritten sind diejenigen, welche Mose unverhüllt, ohne Decke sehen. Das sind jene, die des Gesetzes Absicht verstehen, wie es unmögliche Dinge fordert. Da steht die Sünde in voller Kraft. Da ist der Tod mächtig. Da ist es Goliaths Spieß wie ein Weberbaum und seine Spitze hat 600 Lot Erz. Alle Kinder Israels fliehen daher vor ihm, wenn nicht allein David, unser Herr Christus, uns von dem allem erlöst. Denn wenn nicht Christi Klarheit neben solcher Klarheit Moses aufkäme, könnte niemand solchen Glanz des Gesetzes den Schrecken der Sünde und des Todes ertragen. Diese Leute, die das Gesetz so verstehen, wenden sich ab von allen Werken und aller Vermessenheit und lernen am Gesetz nicht mehr als nur die Sünde zu erkennen und nach Christus zu seufzen, wie das ja auch das eigentliche Amt Moses und das Wesen des Gesetzes ist. 5 Moses selbst wartet auf Christus als Erfüller des Testaments. In diesem Sinne hat Mose auch selbst darauf hingewiesen, dass sein Amt und seine Lehre bis auf Christus Geltung haben und als dann aufhören soll, wenn er 5. Mose 18, 15 sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus deinen Brüdern, den sollst du hören und so weiter. Das ist der edelste Spruch und gewiss der Kern des ganzen Mosebuches. Ihn haben auch die Apostel eifrig herangezogen und stark benutzt, um das Evangelium zu bekräftigen und das Gesetz abzutun. Auch alle Propheten haben gar viel aus ihm herausgeholt. Denn weil Gott hier einen anderen Mose verheißt, den sie hören sollen, so ergibt sich zwingend, dass dieser etwas anderes lehren würde als Mose und dass Mose seine Macht ihm übergibt und ihm weicht, damit man diesen hören solle. Also kann dieser Prophet dann jedenfalls nicht Gesetz lehren, denn das hat Mose schon aufs Allerreichlichste ausgerichtet und es wäre nicht notwendig, um des Gesetzes Willen einen anderen Propheten zu erwecken. Darum ist jenes Wort gewiss von der Verkündigung der Gnade und von Christus gesagt. Darum nennt auch Paulus Moses Gesetz das Alte Testament. Ebenso Christus als er das Neue Testament einsetzte und es ist darum ein Testament weil Gott darin dem Volk Israel das Land Kanaan verhieß und zuteilte wenn sie das Gesetz halten würden er gab es ihnen auch und das Alte Testament wurde bestätigt durch den Tod und das Blut von Schafen und Böcken aber weil die Erfüllung dieses Testaments nicht auf Gottes Gnade sondern auf Menschenwerken aufhören und das verheißene Land musste wieder verloren gehen weil eben Werke das Gesetz nicht erfüllen können es musste ein anderes Testament kommen das nicht veralten würde das auch nicht auf unserem Tun sondern auf Gottes Wort und Werken beruhte damit es ewig wäre darum ist es auch durch einer ewigen Person Tod und Blut bestätigt und darin ein ewiges Land verheißen und gegeben worden so viel sei von Moses Büchern und Amt gesagt vierter Teil die Propheten Christus im Alten Testament 1 die Propheten führten Moses Amt weiter was ist nun aber mit den anderen Büchern den Propheten und Geschichtsbüchern Antwort da ist es nicht anders als bei Mose denn sie treiben allesamt Moses Amt und wehren den falschen Propheten dass diese das Volk nicht auf die Werke führen sondern es in dem rechten Amt Moses und in der rechten Erkenntnis des Gesetzes bleiben lassen sie halten streng darauf durch das rechte Verständnis des Gesetzes die Leute in der Erkenntnis ihrer eigenen Untüchtigkeit zu erhalten und auf Christus hin zu treiben wie es Mose auch tut Darum unterstreichen sie auch ausführlicher was Mose von Christus gesagt hat und zeigen es an Beispielen beider Art an solchen die Mose Recht geben und an solchen die ihm nicht Recht geben und an aller beider Bestrafung und Belohnung so sind denn die Propheten nichts anderes als Handlanger und Zeugen Moses und seines Amtes um durchs Gesetz jedermann zu Christus zu bringen 2 die geistliche Erklärung Moses und des Priestertums zuletzt sollte ich auch wohl noch die geistliche Deutung des Alten Testamentes aufzeigen die durch das levitische Gesetz und das Priestertum Moses verlangt ist aber davon wäre zu viel zu schreiben es erfordert Raum und Zeit und will mit lebendiger Stimme ausgelegt sein denn Mose ist ja doch ein Brunnen aller Weisheit und alles Verständnisses aus ihm ist alles gequollen was alle Propheten gewusst und gesagt haben dazu fließt auch das Neue Testament von dort her und ist darin gegründet wie wir gehört haben aber um doch denen einen kleinen kurzen Begriff zu geben die Gnade und Verständnis haben um weiter danach zu forschen will ich mit dem folgenden dienen wenn du richtig und sicher auslegen willst so nimm Christus vor dich denn das ist der Mann dem es alles und ganz und gar gilt so mache nun aus dem hohen Priester Aaron niemand als Christus allein wie es der Brief an die Hebräer tut dieser Brief genügt überhaupt schon allein alle Bilder und Gestalten in den Büchern Moses zu deuten ebenso ist es auch gewiss dass Christus selber das Opfer ist ja auch der Altar der er sich selbst mit seinem eigenen Blut geopfert hat wie es auch eben der Brief an die Hebräer ausführt wie nun der levitische hohe Priester durch solche Opfer nur die durch Moses Gesetz zu Sünden gemachten Sünden wegnahm die ihrem Wesen nach nicht Sünde waren so hat unser hoher Priester Christus durch das Opfer seiner selbst und durch sein eigenes Blut die wahre Sünde die ihrem Wesen nach Sünde ist weggenommen und ist einmal durch den Vorhang zu Gott gegangen um uns zu versöhnen so siehe zu dass du alles was über den hohen Priester geschrieben ist auf Christus persönlich und sonst auf niemand anders deutest aber des hohen Priesters Söhne die mit dem täglichen Opfer zu schaffen haben sollst du auf uns Christen deuten die wir vor unserem Vater Christus der im Himmel sitzt hier auf der Erde mit dem Leibe wohnen und noch nicht hindurch gekommen sind zu ihm außer mit dem Glauben geistlich ihr Amt wie sie schlachten und opfern bedeutet nichts anderes als dass sie das Evangelium predigen durch welches der alte Mensch getötet und Gott geopfert und durchs Feuer der Liebe im Heiligen Geist verbrannt und verzehrt wird das riecht gar fein vor Gott das heißt es schafft ein gutes reines sicheres Gewissen vor Gott auf diese Deutung zielt Paulus in Römer 12 Vers 1 wenn er dort lehrt wie wir unseren Leib Gott opfern sollen zum lebendigen heiligen und wohlgefälligen Opfer das tun wir wie gesagt durch die stetige Einübung des Evangeliums in beidem mit Predigen und mit Glauben das sei für diesmal genug zur kurzen Anleitung wie man Christus und das Evangelium im Alten Testament suchen soll Nachwort 1 Die Wiedergabe des Gottes Namens im Alten Testament Es soll auch wissen wer diese Bibel liest dass ich mich befleißigt habe denjenigen Namen Gottes den die Juden Tetragrammaton heißen mit großen Buchstaben auszuschreiben nämlich so Herr und den anderen denen sie Adonai heißen zur Hälfte mit großen Buchstaben nämlich so Herr Denn unter allen Namen Gottes werden diese zwei allein dem rechten wahren Gott in der Schrift zugeeignet Die anderen aber werden oft auch den Engeln und Heiligen zugeschrieben Das habe ich darum getan weil man daraus mit gutem Grund den Schluss ziehen kann dass Christus wahrer Gott ist Jeremia nennt ihn nämlich in Jeremia 23 Vers 6 und 33 Vers 16 Herr wo er sagt sie werden ihn heißen Herr unser Gerechter wie das ähnlich auch noch an weiteren Stellen zu finden ist 2 Die Überlegenheit von Luthers deutscher Übersetzung Hiermit befehle ich alle meine Leser Christus und bitte sie möchten mir helfen bei Gott zu erlangen dass ich dieses Werk nutzbringend hinausführen kann denn ich bekenne offen dass ich mir zu viel zugetraut habe im besonderen mit dem Verdeutschen des Alten Testaments denn die Kenntnis der hebräischen Sprache liegt leider zu sehr da nieder auch die Juden selbst wissen wenig genug davon und ihren Erklärungen und Deutungen ist was ich versucht habe nicht zu trauen wenn die Bibel ans Licht kommen soll so müssen meines Erachtens wir es tun die Christen sind da wir das Verständnis Christi haben ohne dass auch die Kenntnis der Sprache nichts ist weil es hieran mangelt haben viele der alten Übersetzer auch Hieronymus an vielen Stellen den Sinn verfehlt ich aber obwohl ich mich nicht rühmen kann dass ich alles erreicht habe wage doch das zu sagen dass diese deutsche Bibel an vielen Stellen heller und zuverlässiger ist als die lateinische deshalb ist es wahr wenn die Drucker sie mit ihrer Fahrlässigkeit nicht verderben wie sie das zu tun pflegen so hat gewiss hier die deutsche Sprache eine bessere Bibel als die lateinische Sprache dafür berufe ich es selber besser zu machen nun wird sich auch der Kot an das Rad hängen und es wird keiner so ungebildet sein dass er nicht meister über mich sein und mich da und dort tadeln wollte wohl an die lasse ich fahren ich habe es von Anfang an wohl bedacht dass ich eher zehntausend finden würde die meine Arbeit tadeln ehe ich einen finden der es mir auch nur zum und mein können prächtig beweisen wenn ich die lateinische bibel von hier unimus tadeln sollte aber er würde mir wohl auch umgekehrt entgegen halten dass ich es ihm doch nachtun solle wenn ich könnte ist nun jemand so viel mehr gelehrt als ich der nehme es sich vor die bibel ganz zu verdeutschen und sage mir danach wieder was er kann macht er es besser warum sollte man ihn nicht mir vorziehen ich meine auch ich wäre gelehrt und weiß mich auch in der tat gelehrter als an allen hohen schulen die sophisten von gottes gnaden aber jetzt sehe ich dass ich sogar noch nicht einmal meine angeborene deutsche sprache kann ich habe auch bisher noch kein Buch oder brief gelesen in dem die rechte art deutscher Sprache zu finden wäre es achtet auch niemand darauf und die lumpen prediger und puppenschreiber die sich dünken lassen sie hätten macht die deutsche sprache zu ändern sie erdichten uns täglich neue wörter wie beherzigen und behändigen ersprießlich erschießlich und der gleichen ja lieber man es ist wohl betort und ernart dazu kurzum auch wenn wir uns alle zusammentäten wir hätten dennoch alle genug an der bibel zu schaffen um sie ans licht zu bringen der eine mit seinem sachverstand der andere mit der sprach kenntnis denn auch ich habe nicht allein daran gearbeitet sondern dazu anderen anspruch genommen wo ich nur jemand habe dazu bekommen können darum bitte ich jedermann lasse sein schimpfen sein und bringe die armen leute nicht in verwirrung sondern helfe mir wo er kann will er das nicht so nehme er sich die bibel selbst vor und mache sich eine eigene deutsche übersetzung denn diejenigen die nur schimpfen und schmähen sind frei herausgesagt nicht so gewissenhaft und redlich dass sie gerne eine unverfälschte bibel haben möchten da sie ja wissen dass sie es nicht vermögen sie wollten vielmehr gerne meister klüglinge in fremder kunst sein obwohl sie in ihrer eigenen kunst noch nie schüler geworden sind gott wolle sein werk voll führen das er angefangen hat amen